Ich bin da in Erzbürge gezogen. Dieses Erlebnis Dresden, der Bombenangriff Dresden, war eigentlich schon für uns Kinder und für mich als Fünfjährigen war das schon ein so prägendes Erlebnis, das auch unseren weiteren Lebensweg mitbestimmt hat. Also von uns war von frühester Kindheit und Jugend an, war es nicht notwendig, uns davon zu überzeugen, dass Frieden sein muss. Das haben wir sofort verstanden. Und obwohl meine Eltern skeptisch waren, was die Entwicklung danach 1945 anbetraf und als dann die Rote Armee in unseren Gebieten auch einzog neben dem Dorf, ging das dann rum wie ein Lauffeuer, die Russen kommen und alle rissen, viele rissen aus. Meine Mutter riss mit uns vier Kindern nicht aus, wir sind im Haus geblieben. Wir haben dann erlebt, wie die sowjetischen Soldaten unser Wohnzimmer stürmten. Wir hatten ein Klavier, die nahmen sofort am Klavier Platz. Auf dem Klavier stand ein Klobus. Und einer von den Sowjetsoldaten spielte dann Klavier. Die Melodien kannten wir nicht. Wir kannten Hänschen klein und solche Dinge. Aber was sie da spielten, das kannten wir nicht. Und sie sang dazu. Einer nahm Klavier, suchte dann seine Heimatort. Aber auf dem Klavier hat er seine Heimatort nicht gefunden. Aber er fand den Moskau in Kiew. Und die großen Städte, das fand er. Und da waren die, die haben sich richtig gefreut. Und die, sie haben dann, sie hatten in ihren Dreck, hatten sie Kinder mit. Meine Mutter hat ihnen dann Milch gegeben. Wir sind noch in die Molkerei gelaufen, haben Milch geholt. Und die Kinder bekamen Milch und als Gegenleistung bekamen wir Quass. Und ein russischer Soldat erklärte dann meiner Mutter, wie man aus Quass und getrocknetem Brot Brotsuppe kochen kann. Und das war unser Erlebnis mit der Söder-Armee. Also wir haben das, was hinterher erzählt, haben wir nicht erlebt. Wir haben die Siegerarmee, vor der alle Angst hatten und vor der sie ausgerissen, haben wir anders erlebt. Deshalb haben wir dann später auch alles, was über der Angegräuel usw. erzählt wurde, das haben wir abgelehnt, weil wir es nicht erlebt haben. Es ist durchaus möglich, dass es Familien gab, die das, die haben es nicht erlebt. Und deshalb haben wir ein anderes Verhältnis auch von Anfang an zu der Roten Armee gehabt.